Jetzt bist du wirklich in die Kulisse auf. Ja, auf jeden Fall. Wen grüßen wir denn? Wo sind deine Eltern, wo sind deine Freunde? Meine Eltern sind da. Die junge Dame sind so schön winken. Mein Vater winkt da. Mein Freund ist da. Der guckt ganz nah. Der guckt da jetzt. Und naja, da hinten ist eins meiner Fankurve. Ja, und da an der Ecke stehen auch noch welche. Sie sind alle gegrüßt. Nicht schlecht, würde ich sagen. Hast du ein bisschen mit deinem Sieg gerechnet? Ich weiß nicht. Also mir wurde gesagt, wir haben uns gewinnt sowieso, aber zum Richtigsten nicht. Als ich die anderen kennengelernt habe, habe ich auch schon gedacht, Mensch, die sind alles super. Alle Tassenmädchen, alle können auch gewinnen. Hast du Wenden für eine A1? Ja, natürlich. Ich meine, das ist aber noch besser, oder? Wir gratulieren auf das Herzlichste. Noch mal einen Riesenapplaus. Das ist die Siegerin. Sie war für die Gäste. Ja, aber noch mal. Ja, aber noch mal. Wunderbar.